Dieser Totenbeschwörer-Bild in Diablo 4 ist absolut geisteskrank. Die kritischen Treffer machen bis zu 136.000 Schaden und töten natürlich so alles in Sekunden. Bosse sterben wie normale Gegner, das ist einfach brutal. On top habt ihr eine Barriere, die so hoch ist, dass ihr nahezu unsterblich seid. Wenn ihr genau so abgehen möchtet, dann bleibt dran. Servus Wanderer, heute bin ich für euch mit dem nächsten Bild-Video zurück. Ich kann euch sagen, es wird richtig kritisch. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Corfeus. Bei mir gibt es immer News und Guides zu Open World und Rollenspielen. Sind auch schon viele nützliche Videos zu Diablo 4 draußen. Gerne vorbeischauen, helfen euch weiter. Und heute habe ich für euch den lang ersehnten Totenbeschwörer-Bild. Für mich hat es auch ewig lang gedauert. Viel habe ich rumgetestet, war immer sehr unzufrieden. Habe heute noch den ganzen halben Tag getestet, bis in die Abendstunden rein. Wir haben jetzt 22.48 Uhr und nun bin ich jetzt endlich zufrieden. Man hat einen extrem hohen Schaden, eine geile Barriere. Der Bild spielt sich einfach rund. Und das möchte ich euch jetzt hier im Detail zeigen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wenn euch das Video gefällt, wird mich mega drüber freuen. Wie funktioniert der Bild im Detail? Der Hauptangriff ist Knochensperr, mit dem man abartige Schadenszahlen erreichen kann. Das passiert durch eine hohe kritische Trefferchance und einem hohen kritischen Schaden. Und das kann beim Totenbeschwörer immens nach oben getrieben werden. Zwei Kombos könnt ihr bei diesem Bild fahren. Nummer 1, ihr startet mit der Ulti Knochensturm. Die sorgt dafür, dass ihr 20% höhere kritische Trefferchance habt. Gleichzeitig bekommt ihr weniger Schaden ab. Über Rüstungsteile und passive Fähigkeiten bekommt ihr die Werte von der kritischen Trefferchance noch weiter nach oben. Und so könnt ihr einfach mit dem Knochensperr reinhalten und macht abartigen Schaden. Sobald ihr eine Leiche habt, könnt ihr die Leichenranke noch spawnen lassen. Die zieht alle Gegner zusammen an sich ran und betäubt sie. Das ist richtig stark. Außerdem besitze ich einen Aspekt auf der Rüstung, der dafür sorgt, dass ich für 6 Sekunden eine 40% höhere kritische Trefferchance bekomme. Und die Gegner, die von Leichenranken Schaden erlitten haben, 120% mehr kritischen Schaden von mir abbekommen. Und so sterben selbst die Bosse in Sekunden. Dank zwei weiteren Aspekten auf der Rüstung hält der Knochensturm doppelt so lange. Er geht fast 30 Sekunden und das ist wirklich immens. Jedes Mal, wenn er Schaden macht, bekommt man eine Barriere von 4% des maximalen Lebens. Und die kann sich auch aufeinander stacken. Und irgendwann ist die eben immens hoch. Ihr macht natürlich immer mit dem Knochensturm Schaden und so habt ihr so einen kleinen God-Mode. Also es ist wirklich extrem schwer, damit drauf zu gehen. Selbst wenn die Gegner 10, 9 oder 8 Level über euch sind in den Chaos-Dungeon, geht das wirklich einwandfrei und ihr rasiert alles nieder. Damit die Abklingzeiten der Fähigkeiten schnell wieder runtergehen, spiele ich immer wieder Zwischenreihen Altern. Am besten direkt einmal zu Beginn, wenn die Gegner dastehen, auf sie wirken und dann eben immer wieder Zwischenreihen im Fight. Wenn die Gegner von Altern getroffen sind und sie Schaden abbekommen, gibt es eine 15%ige Chance, die Abklingzeit um eine Sekunde zu reduzieren. Und so ist zum Beispiel Leichenranken nach ein paar Sekunden direkt wieder bereit und ich kann in die zweite Kombo starten. Ich beginne wieder mit Altern und benutze den Blutnebel, ziehe die Gegner diesmal schön zusammen. Ich bin nämlich immun oder unsterblich in diesem Blutnebel für ein paar Sekunden und lege dann eben mit dieser Fähigkeit eine Leiche auf den Boden. Dadurch kann ich Leichenranken einsetzen, die Fähigkeit braucht nämlich immer eine Leiche, um eingesetzt zu werden. Wenn Blutnebel vorbei ist, setze ich die Leichenranke, alle Gegner werden zusammengezogen und ich kann sie wieder mit Knochensperr super leicht ausschalten. Danach sollte auch schon wieder die Ulti Knochensturm bereit sein und ihr könnt von vorne starten. Mit diesem Bild sind die Gegner auf gleichem Level ein Witz. Spielt sich der Weltrang 3, als wäre es Weltrang 1. Alles ist in ein paar Sekunden tot, selbst wenn ihr in die Albtraumverliese reingeht und die Gegner sind 10 Level über euch, rasiert ihr einfach mit diesem Bild durch. Aufpassen müsst ihr natürlich nach dem Blutnebel, wenn ihr dann kurz wieder wegdodget und dann eben die Leichenranke setzt. In der Zeit kann man natürlich von Gegnern getroffen werden. Habt ihr den Sturm um euch rum mit dem Schild, dann seid ihr auch dort nahezu unsterblich. Unsterblich, das ist einfach richtig geil. Das Keyverlies für Weltrang 4 mit den Level 70er Gegnern bin ich mit, glaub, ca. Level 63 gelaufen. Und da war der Bild noch in Testphase, jetzt danach ist er noch stärker. Kommen wir nun zum Buch der Toten, zu den Rüstungsteilen, Aspekten, Fähigkeiten und auch Paragonpunkten. In der Reihenfolge gehe ich es mit euch durch. Nummer 1 ist Buch der Toten. Was habe ich hier genommen? Ich muss einmal zurück. Alle Skelette sind geopfert, um das meiste aus meinem Charakter rauszuholen. So bin ich eben stärker und zwar, weil keine Skelette da sind, ist meine kritische Trefferchance um 5% erhöht. Wir wollen die ganze Zeit kritten, die gelben Schadenszahlen, denn die sind dann immens hoch. Man kommt in die Zehntausender, Hunderttausender Punkte rein und das ist natürlich absolut genial. Skelett-Magie auch nicht mit dabei. Deswegen mache ich 15% mehr Schaden, wenn Gegner verwundet sind. Die sind sowieso die ganze Zeit verwundet. Warum, sage ich euch gleich. Und zu guter Letzt kein Golem mit dabei. Deswegen verursache ich 30% mehr kritischen Trefferschaden und das ist natürlich immens. Ansonsten kommen wir nun zu den Rüstungsteilen, zu den Aspekten. Ihr braucht auf jeden Fall ein paar Aspekte. Es gibt ein paar Key-Aspekte, dass der Bild auch wirklich sehr guten Schaden macht. Das zeige ich euch gleich. Das Geile, ich habe nur ein einzigartiges Item mit dabei. Das sind die Schuhe. Die braucht man nicht mal wirklich. Alle anderen Aspekte könnt ihr euch über die Verliese erfarmen. Wenn ihr einfach auf die Karte geht, Sammlungen, Kodex der Macht, den rechten Stick reindrücken, könnt ihr hier durchschalten, die Aspekte durchlesen. Den braucht man zum Beispiel. Und wenn ihr den haben wollt, geht ihr einfach ins Elendsviertel, in der Trockensteppe, in das Verlies, schließt das komplett ab und am Schluss habt ihr einen Aspekt und könnt ihn dann auf das Rüstungsteil draufmachen beim Verzauberer. Und so könnt ihr sehr schnell diesen Bild nachbauen. Das ist absolut genial. Klar sind die Werte nicht so gut, wie wenn es droppt. Wenn es droppt, kriegst du höhere Werte, kannst höhere Werte bekommen, aber der Bild ist trotzdem schon mal extrem gut. Ihr könnt aber den Schaden natürlich dann auch massiv nach oben treiben, wenn ihr dieses Bild dann am Schluss perfektionieren wollt. Ich beginne jetzt einfach oben mit dem Helm. Ist jetzt hier ein stinknormaler Helm. Dort ist lustigerweise gar kein Aspekt drauf. Der ist sogar doppelt gemoppelt. Auf diesem Rüstungsteil würde ich den Aspekt spielen, dass ihr mehr Rüstung bekommt. So seid ihr einfach nochmal ein bisschen resistenter. Das ist auf jeden Fall richtig nützlich. Den würde ich drauf machen. Den mache ich nachher noch drauf. Den muss ich aber selber farmen. Ich habe am Anfang mit diesem Helm gespielt. Der ist einzigartig. Macht nochmal ein bisschen mehr Schaden durch diese Echos vom Knochensperr. Die wegschießen und mit 1000 explodieren. Aber ich habe den anderen Helm dann genommen, weil dort Abklingzeitreduktion drauf ist. Und zwar mit 11,6%. Heißt die Ulti. Der Knochensturm ist schneller ready. Und das ist so auch das Key-Element. Dieser Knochensturm muss extrem stark sein. Muss geil sein. Und dann rasiert ihr durchs Spiel einfach durch. Weil ihr halt so einen God-Mode im Endeffekt habt. Und die kritische Treffer-Chance nochmal um 20% erhöht ist. Deswegen habe ich da mehr Wert drauf gelegt auf die Abklingzeit. Ansonsten bei der Brust. Die Werte oben sind vollkommen egal. Die sind nicht wirklich gut. Ich habe unten drauf gehabt. Das war schon automatisch drauf. Jedes Mal, wenn Knochensturm einen Gegner Schaden zufügt, erhaltet ihr 10 Sekunden lang eine Barriere in Höhe von 4% eures maximalen Lebens. Knochensturm macht immer wieder Schaden, wenn ihr in der Mitte steht. Und die Barriere steckt sich nach oben. Und ihr seid, ja, bis die, also die geht fast nicht runter. Das ist richtig geil. Das wollt ihr auf jeden Fall unbedingt auf der Rüstung drauf haben. Dann bei den Händen habe ich jetzt auf kritische Treffer-Chance gesetzt. Seht ihr hier 5,2%. Das ist natürlich richtig hoch und nice. Und unten der Aspekt, der Primärangriff von Knochensperr. Verwundet alle Gegner, die getroffen werden um 1,5 Sekunden. Das ist richtig stark. Verwundete Gegner, man macht nochmal 20% mehr Schaden. Und ansonsten, die Gegner, die verwundet sind, bekommen hier unten auch nochmal dann Bonusschaden um 50%. Und das geht richtig. Ihr habt das wollt ihr auf jeden Fall auch unbedingt mit drauf haben. Dann auf der Hose habe ich, dass ich Basis, sind Basisfertigkeiten oder Basisfertigkeiten. Es ist ein bisschen spät, wir haben gleich 12, ich muss ein bisschen langsamer tun. Basisfertigkeiten verleihen 5,5 Sekunden lang 20% Schadensreduktion. Man macht immer wieder die Basisfertigkeit, um eben Essenz zu bekommen. Und das ist natürlich extrem gut. 5,5 Sekunden ist auch sehr lange. Ansonsten plus 2 Trankkapazität ist nice. Und ich bekomme sogar noch ein Schild in Höhe von 26% meines Lebens, wenn ich einen Trank trinke. Das ist absolut genial. Das ist ein richtig gutes Rüstungsteil, was ich da getroppt bekommen habe. Dann auf den Schuhen. Das sind jetzt hier besondere, einzigartige Schuhe. Die braucht ihr nicht unbedingt. Aber ihr seht schon unten, die Gegner können unterkühlen, können auch komplett einfrieren, lustigerweise. Und man macht dann eben 8% mehr Schaden an ihnen. Gerade für Bosse eben cool. Man läuft einmal durch den Boss durch und dann macht man 8% mehr Schaden an ihm. Außerdem hat man auch einen kleinen Geschwindigkeitsschub danach um 63%, 65%. Und das ist wirklich spürbar. Da ist man deutlich schneller danach unterwegs. Das ist richtig cool. Und deswegen habe ich die Schuhe verwendet. Könnt aber auch normale Schuhe verwenden. Dann was ganz wichtig ist, ist, ihr wollt eine Zweihandwaffe haben. Man kann auch das nochmal ein bisschen aufteilen. Ich fand die Zweihandwaffe aber wirklich besser als eine Einhandwaffe und irgendeinen Fokus oder so. Weil ich habe jetzt hier einen perfekten Aspekt bekommen. Das ist der einzige, den ich glaube jemals bekommen hat. Der hat Max-Werte. Und das noch auf der Waffe drauf. Es ist um 100% verstärkt auf einer Zweihandwaffe. Und zwar 6 Sekunden lang 40% höhere kritische Trefferchance, wenn ich Leichenranken einsetze. Und eben 120% zusätzlichen kritischen Trefferschaden. Wenn Leichenranken an dem Gegner Schaden gemacht hat, dann mache ich auch nochmal 120% mehr. Das ist brutal gestört und deswegen kommt es auch zu den hohen Schadenszahlen. Aber auch ohne Leichenranken macht er hohe Schadenszahlen, kritische Treffer. Aber das ist so das, wie soll ich sagen, das Zahnehäubchen, das geht eben richtig ab, richtig rasant nach oben. Und dadurch kann man auch die Bosse sehr schnell nuken. Dann auf dem Amulett habe ich hier Knochensturm drauf. Wichtig beim Amulett ist auch die Verzauberung, der Aspekt 50% stärker. Und Knochensturm verbraucht bis zu 8 Leichen. Um die Dauer bis zu 12 Sekunden zu erhöhen, habe ich auch den Maxwert, glaube ich, gezogen. Richtig geil. Und Knochensturm ist einfach länger ab. Immer wieder wird eine Leiche verbraucht. Es sind aber auch immer wieder Leichen auf dem Boden. Selbst wenn ihr keinen Gegner tötet, das zeige ich euch gleich. Und so geht der Knochensturm länger. Und ihr kriegt weniger Schaden ab, habt diese Barriere und 20% kritische Chance. Und das ist einfach richtig geil. Das ist auch so ein Key-Element. Das wollt ihr auf jeden Fall haben. Ansonsten, was auch richtig stark ist, ist jetzt eher auf dem Ring. Wenn ihr verwundete Gegner trefft eben mit Knochenfähigkeiten, machen wir ja im Endeffekt nur, dann hat man eine gewisse Chance von 10%, 30 Essenz zu generieren. Und gerade wenn eine große Meute da ist, dann hat man sehr viel Energie wieder on top dazu bekommen, Essenz. Und das muss man auf jeden Fall auch mit reinnehmen. Und so hat man immer gut Energie und läuft erst sehr spät leer. Ansonsten, was ich auch mit dabei habe, kritische Treffer mit Knochenfähigkeiten erhöhen die Essenzregeneration. 4 Silokunden lang um 28%. Ist auch fast ganz oben. Auch richtig gut, da habe ich echt Glück. Und ja, ist auch wichtig, umso mehr Mana Essenz habt ihr, das heißt ja nicht Mana Essenz, umso länger könnt ihr Fähigkeiten wirken und müsst euch die Basisangriffe oder den Basisangriff machen. Wichtig ist natürlich, dass ihr auch hier auf den Ringen auf kritische Trefferchance setzt. Seht ihr, hier geht nach oben. Hier ist, glaube ich, nicht mit dabei. Muss man natürlich perfekt ziehen. Der Bild ist noch nicht perfekt. Da kann man einiges rausholen. Ihr seht auch von den Edelsteinen, die ich eingebaut habe, ist es der Totenkopf. Gibt mir jeweils immer 200 Rüstungen mehr. Habe ich 600 Rüstungen mehr, bin ich etwas resistenter und überlebe länger, auch wenn ich mal nicht den Knochensturm abhabe. Eine coole Sache auf dem Amulett ist auch Ablingzeitreduktion. Das will man auf jeden Fall auch haben, dass die Ulti schneller wieder ready ist. Und ansonsten schaue ich noch ganz kurz auf die Waffe. Eben kritischer Schaden hochtreiben, verwundbare Ziele, Gegner in der Nähe, Gegner auf der Ferne. Das geht natürlich auch. Das will man auf den Rüstungsteilen unbedingt drauf haben, um das Maximale rauszuholen. Und auf den Rüstungsteilen seht ihr, hier habe ich Barriererzeugung drauf, den Diamant. Weil so ist die Barriere nochmal um einiges stärker, wenn ihr Knochensturm abhabt. Und das ist halt absolut genial. Und die grünen Edelsteine sind dafür da, eben nochmal um den kritischen Trefferschaden bei verwundeten Gegnern, die sowieso die ganze Zeit verwundet sind, nach oben zu treiben. Und so funktioniert der Bild einfach super rund. Ich glaube, das könnt ihr auf jeden Fall raushören. Ich gehe noch ganz hier kurz auf die Werte drauf. Kritische Trefferchance Standard ist bei 22%. Und die geht eben mit allem fast an 100 nach oben. Oder reicht vielleicht sogar die 100. Und kritischer Schaden ist fast 200% nach oben. Da geht auch noch mehr, Leute. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass man den Weltrang 4 spielen kann. Da habe ich ihn jetzt noch nicht wirklich getestet. Ich bin mal mit dem Equip 3 in den Weltrang 4. Aber ja, es ist halt einfach Weltrang 3 Rüstung. Und da ist man dann doch nicht so stark. Wenn man das dann aber auf die Viererstufe hoch oder nochmal hochnimmt, es droppt ja bessere Rüstung auf der Viererstufe. Dann kann der da mit Sicherheit auch sehr, sehr, sehr gut aufräumen. Ansonsten gehen wir zu den Fertigkeiten. Was habe ich geskillt? Oben Knochensplitter ist die Grundfähigkeit. Kann auch die Gegner verwunden. Ist dann ganz nice. Wenn man keine Mana hat, wirkt man eben immer wieder den Knochensplitter, um Mana dazu zu bekommen. Ansonsten Knochenspeer ist natürlich das Allerwichtigste. Geil, wenn hier nochmal eine Erhöhung über die Rüstung kommt. Wäre phänomenal. Und ich bin jetzt hier in die Richtung gegangen. Dadurch ist eben auch nochmal die kritische Trefferchance erhöht. Ist einfach eine nette Sache. Ansonsten hier, Essenz ist höher. Man hat einfach zu Beginn mehr zur Verfügung. Und auch hier ist es dann einfach so, der Schaden wird nach oben getrieben. Getrieben von Kernfähigkeiten. Knochenspeer ist eine Kernfähigkeit. Dafür kostet es ein bisschen mehr. Aber der Angriff ist roundabout eben stärker. Was ihr unbedingt auch haben wollt, das ist ganz wichtig. Euer Schaden verfügt über eine Chance von bis zu 12% eine Leiche am Ziel zu erschaffen. Ihr solltet immer wieder Leichen auf dem Boden haben, wegen dem Knochensturm. Dass ihr immer wieder eine nehmen kann und länger am Start ist. Würde ich auf jeden Fall rein investieren. Ansonsten seht ihr hier Blutnebel mit dabei. Auf die linke Seite geskillt, dass auch eine Leiche nach einer Sekunde abgesetzt wird. Um eben dann Leichenranken zu verwenden. Blutnebel ist auch so allgemein cool. Ist auch so ein Panikbutton. Sollte zu viel Schaden irgendwie reinkommen oder so. Drückt ihr den Knopf und ihr seid für drei Sekunden immun, unsterblich. Und das ist natürlich auch extrem stark. Ansonsten geht es hier weiter runter. Hier ist auch noch eine wichtige Sache. Wer jetzt hier natürlich so lange dran geblieben ist, kriegt alles mit. Ich habe natürlich auch unten in die Videobeschreibung einen Link gepackt, wo man dem Bild nachschauen kann. Aber hier bekommt ihr exklusive Infos, die wichtig sind. Hier natürlich rein skillen. Ihr bekommt weniger Schaden. Ihr macht mehr Schaden. Ansonsten hier die Gegner, die weiter weg sind, bekommen auch mehr Schaden ab. Dann spiele ich ja wie gesagt mit Altern in die linke Richtung, um eben immer wieder die Abklingzeit um eine Sekunde zu reduzieren, dass die Ulti schneller ready ist. Falls ihr das nicht möchtet und sagt, ach, ich habe genug, die Ulti ist schnell genug ready. Die Abklingzeit brauche ich überhaupt nicht. Dann könnt ihr auch in die andere Richtung skillen, in die eiserne Jungfrau. Und die ist nämlich richtig nice. Hier hinten, wenn mindestens drei Gegner von eiserer Jungfrau getroffen sind, erhöht sich der Schaden um 15%. Also auch in Meuthen, wenn ihr das reinmacht, ist es natürlich richtig stark. Könnt ihr nehmen, falls ihr das nicht nehmen möchtet. Und hier kann man auch noch einen Punkt rein investieren. Später würde ich noch einen weiteren rein investieren. Denn ein Fähigkeitspunkt fehlt mir aktuell noch. Dann macht man eben nochmal, wenn eins von diesen beiden Fähigkeiten aktiv ist, 6% mehr Schaden. Ansonsten geht es hier weiter runter. Leichenranken habe ich nur einen Punkt rein investiert. Macht zwar auch guten Schaden, aber andere Fähigkeiten sind da auf jeden Fall wichtiger. Es geht allgemein nur, dass das Leichenranken eben eingesetzt wird wegen dem Aspekt. Und dass die Gegner zusammengezogen werden und sie werden auch verwundbar gemacht. Und dann knallt eben Knochensperr gleich richtig rein. Außerdem sind sie, glaube ich, eben noch betäubt. Da macht man, glaube ich, auch nochmal ein bisschen mehr Schaden on top drauf. Hier sind die Knochenfähigkeiten verstärkt ultra wichtig. Die kritische Trefferchance ist erhöht. Ansonsten hier unten auch so nochmal der Schaden um 5 Sekunden. Hier unten, wenn die Gegner verwundet sind, das ist richtig stark. Um 18% erhöht. Mega cool. Und auch hier, wenn man genügend Essenz immer wieder verbraucht, dann wird die Abklingzeit der Knochenfähigkeiten runtergesetzt. Und auch wieder eben vom Knochensturm. Dass hier unten die Ulti einfach schneller ready ist. Und die ist halt einfach extrem stark. Die kritische Trefferchance wird erhöht. Und hier unten sieht man eben auch, dass man nochmal 15% weniger Schaden abbekommt. Und die Punkte hier rechts sind auch ganz wichtig. Ihr habt eure Diener geopfert. Sie sind nicht am Leben. Und deswegen möchte ihr natürlich hier die volle Punktzahl drin haben. Umso stärker sind natürlich diese Opferboni mit 30% höhere kritische Schaden. Kritische Chance ist erhöht und so weiter und so fort. Und der letzte Punkt ist unten in knöcherne Essenz. Und hier holt ihr einfach auch nochmal ein bisschen mehr Schaden raus. Ansonsten gehe ich jetzt auf die Paragon-Punkte ein. Was habe ich jetzt hier genommen? Ich bin jetzt hier am Anfang in die Richtung einfach gegangen, um auch nochmal mehr Schaden eben rauszuholen. Ich habe die Rune reingenommen, man macht einen verwundenen Gegner nochmal 2,3% mehr Schaden. Später, wenn man eine sehr hohe kritische Chance hat, kann man auch glaube ich noch mehr Crit-Schaden nehmen, weil da glaube ich der Bonus-Roundabout nochmal besser ist. Kann man auch nehmen. Bin dann in die linke Richtung, auch nochmal 20% mehr Schaden. Und habe mich dann für die Tafel entschieden, die halt allgemein die Knochenfähigkeiten verstärkt. Die sieht jetzt eben hier so aus. Und die solltet ihr auf jeden Fall nehmen. Ihr bekommt hier dann auch nochmal mehr Essenz, was wirklich richtig geil ist. Allgemein hier seht ihr immer. Und hier auf der linken Seite, wo jetzt ein bisschen oben drüber, 15% mehr kritischen Schaden mit Knochenfähigkeiten. Wir wollen ja, oder kritten fast die ganze Zeit, holen hier roundabout auch nochmal richtig viel Schaden raus über die Paragon-Punkte. Und hier oben rechts ist nochmal die kritische Chance etwas weiter erhöht. Dann ansonsten auch der kritische Trefferschaden. Das ist so krank, das schraubt man so weit nach oben später. Und auch hier nochmal den legendären Knoten habe ich mitgenommen, dass Knochenfähigkeiten auch nochmal mehr Schaden machen und sogar die maximale Essenz erhöht ist. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten mehr Videos zu Diablo 4 werden natürlich rauskommen. Wer die nicht verpassen möchte, kann gerne mit dem Abo dabei bleiben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Testen, beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.